Es ist schön, dass du dich entschieden hast, dir diese kleine Auszeit zu gönnen. Finde einen ruhigen Ort und setze oder lege dich bequem hin und schließe deine Augen. Atme tief ein und aus. Und während du meine Stimme hörst und diese wundervolle Musik, gehst du mit jedem Atemzug tiefer und tiefer in eine wundervolle Entspannung. Spüre, wie mit jedem tiefen Atemzug noch mehr Ruhe und Entspannung in deinen Körper, deinen Geist und deine Seele einkehren. Vielleicht nimmst du jetzt schon wahr, wie viel leichter alles geworden ist. Wie viel leichter du dich fühlst. Und vielleicht hast du auch schon bemerkt, wie viel langsamer alles geworden ist. Wie viel langsamer deine Gedanken in deinem Kopf geworden sind. Wie viel langsamer dein Herzschlag und der Rhythmus deines Atems geworden sind. Genieße diese Entspannung und diese Ruhe, den Frieden, der sich in dir ausbreitet. Es ist so schön, jetzt so nah bei dir zu sein. Und auch wenn vielleicht noch der ein oder andere Gedanke deinem Kopf herumkreist, dann lass ihn einfach ziehen. Lass einfach los. Entspanne dich. Und je öfter du dir diese kleine Zeit nimmst, desto leichter fällt es dir, deine Aufmerksamkeit auf dich zu richten. Auf die Stille und die Ruhe in dir. Das ist jetzt wichtig. Du bist jetzt wichtig. Es tut so gut, dieser friedliche Zustand. Und diese Nähe, die du jetzt gerade spürst. Die Nähe voller Kraft und Energie, die aus dir selbst strahlt. Und vielleicht nimmst du auch schon wahr, wie mächtig es sich anfühlt, so eine wundervolle Ruhe und einen Frieden in dir zu beherbergen. Und wie wundervoll es ist, einen leeren Kopf zu haben, die Gedanken einfach loszulassen. Mit jedem Atemzug, den du nimmst, entspannen sich auch deine Muskeln und alles wird locker. Genieße diesen Zustand. Lass einfach alles fallen. Lass los. Achte auf deinen Atem. Auf die Luft, die durch deinen Körper fließt. Gleichmäßig und ruhig. Kommst dir selbst mit jedem Atemzug näher und näher. Achte auf deinen Herzschlag. Gleichmäßig und beruhigend. Und während jetzt ein bewusster Verstand in einer wundervollen Entspannung ruht, zeig dir dein Unterbewusstsein einen wundervollen Ort, beruhigend, hell und freundlich. Dort, wo es dir jetzt gerade am allerbesten gefällt. Egal, wo du jetzt gerade bist. Ob du auf einer wundervollen, großen Blumenwiese bist, die duftet. Oder am Meer. Oder an einem Sandstrand. Wo auch immer. Nehme all das, was du jetzt siehst und was du riechst, auf in dir. Spüre es und fühle, wie sich diese Ruhe und diese Geborgenheit anfühlt. Vielleicht spürst du den Untergrund unter deinen Füßen. Je intensiver diese wundervollen Bilder in deinem Kopf werden, die Gerüche und alle Sinneswahrnehmungen, desto leichter und leichter fühlst du dich. Denn du bist hier an einem sehr friedlichen und liebevollen Ort. Spürst du die Sonnenstrahlen, die deine Nase kitzeln? Spürst du die Wärme, der Strahlen auf deiner Haut? Hier bist du sicher. Für immer und ewig. Das ist der Ort, der in dir ist. An den du immer zurückkehren kannst. Wann immer du erst entscheidest. Um loszulassen. Um Kraft zu tanken. Hier gibt es nur Liebe, Leichtigkeit, Wärme, Freundlichkeit, Entspannung, Harmonie, Ruhe und Frieden. Vielleicht möchtest du dich hinlegen und nach oben schauen. Vielleicht siehst du den Himmel. Blau. Vielleicht siehst du einige Wolken, die über das weite Blau am Himmel ziehen. Wie kleine, friedliche Schäfchen. Und irgendwann lösen sie sich einfach auf. Es ist so schön hier. Lass los. Vielleicht spürst du noch die ein oder andere Verpflichtung, die du vorhin mitgebracht hast oder den ein oder anderen Gedanken, der dich vorhin noch ein wenig belastet hat. und da spürst du jetzt schon, wie weit sie plötzlich weg sind. Und vielleicht kommt dir die Idee, diese kleinen Päckchen Wölkchen, in eben solche Wolken zu verwandeln, die eben noch wie Schäfchen am Himmel weitergezogen und sich dann einfach aufgelöst haben. das ist eine gute Idee. Also spürst du jetzt diese kleinen, wundervollen weißen Wölkchen, die an seidenen Fäden an dir befestigt sind, wie sie langsam, aber sicher in ihrer Leichtigkeit nach oben streben zu den anderen Wolken ganz weit oben am Himmel. Und die Fäden werden länger und länger und dünner und dünner. Du strengst dich an, diese Fäden zu sehen und irgendwann sind sie einfach weg, weil sie sind so dünn geworden, dass sie sich irgendwann einfach in Luft aufgelöst haben. Und jetzt siehst du all deine kleinen Wölkchen da oben am Himmel wie Schäfchen davon ziehen, bis sie sich auflösen. Ja, und jetzt ist alles so leicht geworden. du spürst, wie du schwebst. Du bist so leicht geworden, dass du jetzt gerade über dem Boden schwebst. Es ist so wundervoll, hier zu sein. und die Stellen, die jetzt frei geworden sind wegen all der Wölkchen, die du losgelassen hast, mit Energie und Kraft und mit Licht zu füllen, was dich noch leichter sein lässt. und du spürst in dir, wie du strahlst vor all diesem Licht, diese Energie. Du leuchtest buchstäblich und alles um dich herum leuchtet jetzt auch. und jetzt erkennst du vielleicht mehr und mehr, mit jedem Wölkchen, das du losgelassen hast, ein Plätzchen in dir frei geworden ist für all die kraftvolle Energie und das Licht und du gefüllt bist mit all diesen wundervollen, kraftspendenden Gefühlen. Und plötzlich spürst du Stärke und Kraft und fühlst, wie du mit Energie und Kraft aufgetankt bist, mit Liebe, und Frieden und Ruhe. Das ging so schnell und du kannst dich jederzeit wieder entscheiden, diese wenigen Minuten zu nutzen, um einfach loszulassen. Du weißt jetzt, wohin du zurückkehren kannst, denn dieser Ort hier ist in dir. es ist dieser zauberhafte und magische Ort, den du schon mitgebracht hast, hierhin in diese Welt und der immer bei dir ist, immer in dir ist, immer. Ja, du darfst loslassen, um dich zu spüren, um das zu spüren, was du bist. Du bist wundervoll, ein Mensch mit grenzenlosen Fähigkeiten, die dich erfüllen und bereichern und alle Menschen um dich herum auch. Du bist etwas ganz Besonderes. Du bist voller Liebe und voller Kraft. Du bist wundervoll. und in diesem wundervollen Gefühl atmest du noch einige Male tief ein und aus und verstehst mehr und mehr, wie wertvoll es für dich ist, dich für diese kleine Auszeit zu entscheiden, dir nahe zu sein, loszulassen und Platz zu schaffen für Licht und Liebe, Ruhe und Frieden. Das macht dich stark. Also nehme dir noch ein bisschen Zeit Atme ein paar Mal tief ein und aus und komme dann mit dieser wundervollen Leichtigkeit zurück ins Hier und Jetzt. Bis zum nächsten Untertitelung. BR 2018